Der Kettenhofweg im Frankfurter Westend. Eine ruhige Wohngegend mit prächtigen Altbauten. Mittendrin ein Edelbordell. 1994 werden hier 6 Menschen brutal getötet. Ein Fall, der Harald Schneider vor eine seiner größten Herausforderungen stellt. Seit fast 27 Jahren jagt der gefragte Spezialist Schwerverbrecher in ganz Deutschland. Harald Schneider arbeitet beim Hessischen Landeskriminalamt. Er kann Spuren an Tatorten sichtbar machen, an die zuvor niemand gedacht hat. Also ich kann hier jetzt zurückblicken auf fast 27 Jahre in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Und auch schwerpunktmäßig immer mit Tötungsdelikten, Sexualverbrechen. Aber dieser Sexfachmord war schon was Besonderes. Ich meine, mit 6 Leichen an einem Tatort. Sie müssen sich das vorstellen, Sie kommen an einen Tatort, Sie gehen in jedes Zimmer, in jedem Zimmer liegt eine Leiche. Das hatte schon einen sehr makaberen Beigeschmack, muss man schon sagen natürlich. Aber es war halt etwas Einmaliges, was wir seitdem eigentlich nie mehr hatten. In der Wohngegend leben vor allem gut situierte Frankfurter. Banker, Ärzte, Prominenz. Mittendrin das Edelbordell. Im Keller des Hauses, dem Saunabereich, liegt der Betreiber des Bordells, der 55-jährige Gabor B. Nur ein paar Meter von ihm entfernt wird seine Ehefrau Ingrid gefunden. Beide brutal ermordet. In den Etagen darüber werden beinahe in jedem Zimmer weitere Leichen entdeckt. Vier Frauen. Sie alle wurden offensichtlich brutal erwürgt. Keines der Mädchen ist älter als 30, die jüngste gerade mal 21. Es sind die Prostituierten, die im Kettenhofweg gearbeitet haben. Sie alle kommen aus Osteuropa. Oberstaatsanwalt Peter Köhler leitete damals die Ermittlungen. Das Bordell war der Polizei schon vor dem Mord bestens bekannt. Zunächst dachte man wohl auch daran, dass ein Konkurrent des Betreiber-Ehepaars nun da mal für Ordnung sorgen wollte, um eventuell auch ein paar Frauen aus dem Bordell rauszunehmen, um das in eigenem Bordell unterzubringen. Wir wissen ja schon seit Jahrzehnten, dass Frauen in diesem Milieu als Ware behandelt werden, und so weiter, sodass es auch eine Bordellbetreiber-Auseinandersetzung gewesen sein könnte. Wegen des Verdachts des Menschenhandels wurde das Bordell bereits vor den Morden von Ermittlern überwacht. Sie wollten wissen, mit wem der Betreiber Gabor B. Kontakt hatte. Akribisch protokollieren die Polizisten deshalb zum Beispiel auch, welche Autos im Kettenhofweg rund um das Bordell abgestellt waren. Die Polizei hatte dann nun zwecks Abklärung sich die Autonummern der hier geparkten Kraftfahrzeuge, meistens Fahrzeuge der Oberklasse, notiert. Und da fiel dann den Beamten bei der Nachschau nach der Tat ein Kraftfahrzeug auf, was hier gar nicht reinpasste. Es ist das Auto von Eugen B., ein älterer Kleinwagen mit Allgäuer Kennzeichen. Eugen ist mit einer Prostituierten, die hier arbeitet, verheiratet. Sie ist nicht unter den Getöteten und beide sind nach dem Mord verschwunden. Die Polizei spürt das Pärchen kurz darauf in Rettenbach im Allgäu auf und nimmt es fest. Im Kofferraum finden sie unter anderem abgeschnittene Stromkabel, die, wie sich später herausstellt, zu den Elektrogeräten im Bordell gehören. Mit ihnen wurden die Prostituierten und das Betreiber-Ehepaar erwürgt. Doch Eugen bestreitet den Mord. Er sagt aus, dass er die Sachen im Auftrag seines Freundes, eines gewissen Alexanders, beseitigen sollte. Und der sei auch der Mörder. Eugen gab auch zu, dass er im Hause gewesen sei mit seiner Frau, die er besucht habe. Er sagte dann weiterhin, er sei in dem Hause mit diesem Alexander gewesen. Er habe erst später durch die Polizei bzw. auch durch die Presse erfahren, dass es dort zur Tötung gekommen sei. Als Eugen das Bordell im Kettenhofweg verlassen habe, seien alle noch am Leben gewesen. Die Frankfurter Polizei sucht fieberhaft nach diesem Alexander. Gefunden wird er aber nicht. Köhler glaubt an eine Schutzbehauptung. Er ist sich sicher, dass Eugen und Sophia, die zum Tatzeitpunkt im Bordell gearbeitet hat, den Besitzer ausrauben wollten. Dabei muss die Situation eskaliert sein. Ich mutmaße, dass in den späten Abendstunden des Samstags hier die Sophia ihren Mann, den Eugen, eingelassen hat. Der sich zunächst mal im Haus versteckt hat, mit seiner Frau zusammen. Er musste abwarten. Im Haus war nämlich noch Bewegung. Remi Demi, es wurde ein Geburtstag gefeiert. Und als dann alles ruhig war im Haus, dann schritt der Eugen zu seinem Plan die Beraubung der Frauen. Für diese Theorie spricht auch ein von Hand gezeichneter Grundriss, den Eugen von seiner Frau Sophia zur Orientierung bekommen hat. Und so könnte sich laut Köhler die Tat abgespielt haben. Eugen geht durch das Haus und fesselt eine Prostituierte nach der anderen. Danach versteckt er sich im Saunabereich und wartet auf den Betreiber, der gerade spazieren ist. Als Gabor B. zurückkommt, will Eugen ihn fesseln, doch es kommt unerwartet zum Kampf, bei dem der 58-Jährige getötet wird. Aus Angst, wiedererkannt zu werden, bringt er nun auch Gabor's Frau und die Prostituierten um. Weil Eugen zu den Vorwürfen schweigt, braucht die Staatsanwaltschaft jetzt Beweise. Die Hoffnungen ruhen auf den Mitarbeitern des Hessischen Landeskriminalamts in Wiesbaden. Hier arbeitet unter anderem der renommierte DNA-Spezialist Harald Schneider. Er sichtet mit seinem Team zunächst die Beweisstücke. Dabei fällt ihm eine Radlerhose auf. An dieser Radlerhose war im Bereich des linken Beins zwei kreisrunde Ausschnitte, sodass man schon die Idee hatte, möglicherweise ist diese Radlerhose als Maske verwendet worden. Und jetzt war die große Frage, warum macht man das? Wenn man so eine Maske präpariert, dann will man die auch tragen. Und unsere Idee war, diese Maske hat irgendwas mit der Tat zu tun. Und dann kam parallel zu unseren ganzen kriminaltechnischen Untersuchungen auch der Befund, dass wir dort an den Opfern wirklich sehr auffällige Faserspuren gefunden haben. Und diese Faserspuren konnten eindeutig dieser Radlerhose zugeordnet werden. Doch wer hat die Maske getragen? 1994 zur Tatzeit gibt es noch keine Methode, um das herauszufinden. Schneider und sein Team suchen nach einem Weg. Wenn so eine Radlerhose getragen wird als Maske, dann hinterlässt derjenige, der diese Maske trägt, entweder Speichelspuren oder auch Nasensekret in bestimmten Bereichen, aber in solchen Mengen, die wir damals eigentlich noch routinemäßig noch gar nicht untersuchen konnten. Deshalb war es für uns wichtig, eine Methode zu entwickeln, die genau die Bereiche lokalisiert, an denen die größte Intensität an Sekretspuren vorhanden ist. Nach tagelanger Arbeit im Labor schaffen die Experten das Unmögliche. Sie entwickeln ein bis dahin nicht gekanntes Verfahren, mit dem sie den Speichel sichtbar machen. Der Mund- und der Nasenbereich sind nun deutlich zu erkennen. Jetzt ist sicher, die Radlerhose wurde als Maske getragen. Doch wer hatte sie auf dem Kopf? Dadurch, dass wir jetzt ganz spezifisch an dieser Maske punktuell Speichel nachweisen konnten, konnten wir auch punktuell Spuren analysieren. Sie müssen sich das so vorstellen, dass man dann unter mikroskopischer Kontrolle kleinste Bereiche von dieser Maske heraus trennt. Da, wo man die größte Speichelaktivität oder Amylaseaktivität nachweist, dass man diese Bereiche rausschneidet. Man überführt dann dieses mikroskopisch kleine Stoffteil in ein Reaktionsgefäß und wächt nachträglich alle Zellen, die auf der Oberfläche dieses kleinen textilen Stückes haften, wächt man raus und kann dann diese Zellen weiter analysieren. Die Zellen werden aufgebrochen, das DNA-Molekül wird aus dem Zellkerne rausgelöst und dann kann in einem nächsten Schritt ein klassischer genetischer Fingerabdruck durchgeführt werden. Und tatsächlich, Schneider und seinem Team gelingt es, eine DNA zu sichern. Sie gehört Eugen B. Ein erster schwerwiegender Beweis, dass er der Täter ist. Doch Schneider will noch mehr Beweise. Bei Eugens Festnahme wurde eine Jeansweste sichergestellt. An ihr finden sich Blutspuren von ihm. Hat Eugen die Weste im Kampf mit den Opfern getragen und sich dabei verletzt? Für uns war entscheidend, dass wir uns dann natürlich die Jeansweste mal ein bisschen genauer angeguckt haben. Und das müssen Sie sich so vorstellen, als ob Sie auf einem Fußballfeld nach einer Stecknadel suchen. Das heißt, diese Fläche wird irre groß unter dem Mikroskop durch diese starke Vergrößerung, sodass es wirklich ein Zeitproblem ist, diese Spuren auch zu finden. Kommt noch dazu, dass man damals einfach auch noch nicht die Techniken hatte, um mit diesen mikroskopisch kleinen Blutspuren arbeiten zu können, weil die DNA-Technologie steckt da eigentlich noch in den Kinderschuhen. Und trotzdem. Schneider und sein Team entdecken winzige Blutspritzer auf der Jacke. Blut, das mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Es kann zwei Opfern zugeordnet werden. Und Schneider geht noch einen Schritt weiter. Er weiß, dass die Opfer erdrosselt wurden. Und deshalb will er auch noch die Fingernagelproben untersuchen. An den Fingernagelproben erwartet man dann eigentlich Fremdspuren. Weil was passiert, wenn jemand erwürgt wird, derjenige versucht, sich irgendwie zu befreien? Dabei wissen wir, dass die Opfer dem Täter dabei in Mund und Nase fassen, sich möglicherweise auch Hautzellen unter die Fingernagel, sagen wir mal, antragen. Und diese Fingernagelproben wurden dann auch analysiert. Und an zwei Opfer konnten wir an den Fingernagelproben männliche DNA-Spuren finden und diese männlichen DNA-Spuren auch einem Beschuldigten zuordnen. Speichelreste von Eugen B. an der Radlerhose, die zweifelsfrei vom Täter getragen wurde. Blutspuren an Eugens Jeansweste, die von den Opfern stammen. Und seine DNA-Spuren unter den Fingernägeln der Opfer. Genug Beweise für eine Anklage. Und tatsächlich, Eugen B. wird vom Landgericht Frankfurt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Frau Sophia, die die Tat mit ihm geplant hatte, muss für zwölf Jahre hinter Gitter. Die Methoden, die Harald Schneider und sein Team vom Landeskriminalamt in Hessen für die Überprüfung von Eugen B. entwickelt haben, etablieren sich in den Folgejahren und helfen seither bei der Aufklärung von Straftaten. Eine Puppe von der Größe eines kleinen Kindes liegt auf dem Waldboden, die Hände mit einer Kordel gefesselt. Es ist die Rekonstruktion der schwedischen Kriminalpolizei nach dem Mord an einem deutschen Jungen, der die Menschen in Nordschweden vor 20 Jahren erschüttert. Ein Fall, der auch den mittlerweile pensionierten Rechtsmediziner Professor Anders Eriksson 20 Jahre danach nicht loslässt. Er war damals an der Aufklärung des Falles beteiligt. Mein stärkster Eindruck von diesem Fall ist der lange Missbrauch, die lange Folter, diese schreckliche Folter und Boshaftigkeit gegen dieses wehrlose Kind. Hier in der Wildnis Nordschwedens beginnt der Fall, über den die Menschen in diesem abgelegenen Teil des Landes noch 20 Jahre später sprechen. Es ist der 29. Juni 1999, als eine Ambulanz verständigt wird. Der Notruf besagt, dass ein vierjähriger Junge einen Badeunfall hatte. Sofort fahren die Sanitäter und Ärzte an den See Schegelwas. Auch die Polizei wird hinzugezogen. Harry Nühmann, damaliger Leiter der Mordkommission, erinnert sich an das, was die Eltern des Jungen den eintreffenden Rettungskräften berichteten. Die Eltern sagten, dass der Junge ins Wasser gefallen sei, am Ertrinken war und dass sie versucht haben, ihn zu retten. Und alles Mögliche unternommen hatten, bevor die Ambulanz eintraf. Bei dem verunglückten Jungen handelt es sich um den kleinen Michael, vier Jahre alt. Er kommt aus Paderborn. Michael wird sofort in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte kämpfen um sein Leben. Im Krankenhaus merkte man sehr schnell, dass er viele Hautverletzungen hatte und unterkühlt war. Seine Körpertemperatur lag bei 27, 28 Grad. Eigentlich sollte sie bei 37 sein, wie man weiß. So dachten sie sich, hier stimmt etwas nicht. Das muss etwas anderes sein, als Ertrinken. Michael ist in einem extrem schlechten Zustand und bis auf die Knochen abgemagert. Die Ärzte können nichts mehr für den Jungen tun. Einen Tag später, am 30. Juni 99, stirbt der Vierjährige. Jetzt schaltet sich Ermittler Harry Nühmann ein. Er sucht die Mutter Gudrun W. und den Stiefvater Peter P. auf, um sie weiter zum Unfallgeschehen zu befragen. Das deutsche Paar ist nach Schweden ausgewandert, hat neben Michael noch ein vier Monate altes Baby. Und noch jemand lebt mit ihnen zusammen in der Wildnis. Es ist der Bruder von Peter P. Sie hatten Zelte und es gab einen Feuerplatz etwas erhöht, wo sie Feuer machten und kochten. Die Familie ernährt sich vom Fischen und Jagen, hat keinen Strom. Und das mit einem Baby und einem vierjährigen Kleinkind. Für Harry Nühmann unglaublich. Als Harry das Paar zum Tod ihres Sohnes befragt, bleibt es bei seiner ersten Aussage, Michael sei ertrunken. Unterdessen wird die Leiche in die Rechtsmedizin nach Umeo überstellt. Hier ist es Anders Eriksson, der für die Obduktion des kleinen Jungen zuständig ist. Und dabei macht er eine interessante Entdeckung. Er hatte hunderte von kleinen Hautläsionen. Und zuerst dachte ich, er hätte Windpocken. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Eriksson noch nicht, welche Ursachen genau diese roten Flecken haben. Neben vielen Hämatomen und Abschürfungen am ganzen Körper, weist die Leiche des Kindes noch eine Besonderheit auf. Er hatte Blutungen in den Membranen seines Gehirns und Hirnschwellungen. Ich interpretierte diese Verletzungen als Tritte oder Schläge gegen den Kopf. Das verursachte die Schäden am Hirn und führte zu seinem Tod. Der Rechtsmediziner übermittelt Harry Niemann das Ergebnis der Obduktion. Nun muss dieser von einem Gewaltverbrechen ausgehen und konfrontiert die Mutter, Michaels Stiefvater und dessen Bruder mit der Todesursache. Die Eltern schweigen. Doch der Bruder des Stiefvaters hält dem Druck der Befragung nicht stand und erzählt eine ungeheuerliche Geschichte. Es kam heraus, dass Gudrun, die Mutter, Michael an einen Baum gebunden hatte. Und dass das Seil mehrmals um diesen Baum geschlungen war. Er hatte so die ganze Nacht draußen verbringen müssen. Welchen Qualen der kleine Michael dort ausgesetzt war, zeigt auch sein Mageninhalt bei der späteren Obduktion. Als ich den Magen öffnete, um den Inhalt zu untersuchen, war ich sehr überrascht. Weil sich darin Moos befand. Grünes, frisches Moos vom Boden. Und dazu Reiskörner. Aber diese Reiskörner waren hart und ganz offensichtlich nicht gekocht. Ein weiterer Beweis dafür, wie grausam die Eltern mit dem Jungen umgegangen sind. Als er am Baum gefesselt ist, beginnt er laut der Aussage des Zeugen vor Angst und Schmerzen zu weinen. Peter, der Stiefvater, war genervt von ihm und rennt runter zu Michael. Greift ihn und tritt ihn so, dass er 30 Meter den Abhang hinunterrollt. Bis er am Seeufer landet. Peter kommt erneut und gibt ihm einen so heftigen Tritt gegen den Kopf, dass er ins Wasser fliegt. Daraufhin kommt die Mutter Gudrun angelaufen und sagt, er solle Michael aus dem Wasser holen. Was er nach ca. 10 Sekunden auch tat. Jetzt hat Michael bekommen, was er verdient hat, sagte Peter zu Gudrun. Und du hast bekommen, was du wolltest. Harry Nühmann und seine Kollegen können kaum glauben, wie Eltern einem Kind so etwas antun können. Der Grund dafür so tragisch wie grausam. Michael wurde als Belastung angesehen für alle Beteiligten. Weil die Eltern mit ihrer eigenen Situation mehr als überfordert sind, lassen sie täglich ihren Frust an dem kleinen Michael aus. Sein kurzes Leben ist gezeichnet von Missachtung und schwerer Gewalt. Bei der späteren Tatrekonstruktion ist auch Anders Eriksson anwesend. Jetzt kann er sich auch erklären, woher die vielen roten Flecken auf dem Körper der Leiche stammen. Es war ein heißer Tag. Da waren so viele Mücken. Da waren Schwärme von Mücken. Ich musste meinen Anti-Mückenschutz jede Stunde neu auftragen, um mir die Mücken vom Leib zu halten. Und als ich dann gehört habe, dass Michael an einem Baum gebunden war, nackt, mit all den Mücken, und er war ihnen ausgesetzt, dann habe ich verstanden, dass diese Hautläsionen, welche ich zuerst als Windpocken interpretiert hatte, Mückenstiche waren. Das muss Folter ersten Grades gewesen sein. Nur wenige Wochen später stehen die Deutschen Gudrun W. und Peter P. in Schweden vor Gericht. Die Anklage, Misshandlung und Mord. Das Auftreten der Angeklagten erschüttert alle Prozessteilnehmer. Sie haben nicht geweint und sich irgendwie besonders verhalten, so als würde sie es nicht wirklich interessieren, was da passiert ist. Peter P. wird wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Michaels Mutter muss wegen Misshandlung drei Jahre ins Gefängnis. Wenn das heute passieren würde, dann bekämen sie mit Sicherheit eine härtere Strafe. Weil die Strafe für Mord in Schweden angehoben wurde. Also, wenn ich zwischen den Zeilen sprechen darf, dann war die Strafe definitiv zu niedrig. Außerdem gibt es wohl keine Strafe, die diese Tat kompensieren würde. Als ein professioneller forensischer Pathologe, ich meine, ich bin es wirklich gewöhnt, schlimme Dinge zu sehen. Aber das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich kann mich nicht an etwas Vergleichbares erinnern. Der erschütternde Mordfall an dem vierjährigen Michael aus Paderborn. Auch Anders Eriksson wird ihn nie vergessen. Ein Auto steht verlassen am Fahrbahnrand einer Bundesstraße. Darin ein lebloser Mann. Kriminalhauptkommissar Heinz Sprenger ermittelt in diesem Fall, der absolut rätselhaft ist. Und ihn vor eine kriminalistische Herausforderung stellen wird. Zunächst einmal denke ich an den Fall zurück, weil er in seiner Begehungsart einmalig war. Und zum anderen natürlich auch, weil er für mich fast den perfekten Mord dargestellt hätte. Dienstlaken. Es ist der 23. Dezember 1995. Einen Tag vor Heiligabend. Ein Passant entdeckt am Straßenrand einen Opel Frontera. Der Motor läuft. Als der Mann an den Jeep herantritt, sieht er eine bewusstlose Person. Wenig später trifft der Notarzt ein. Ermittler Heinz Lindekamp leitet zu Beginn die Untersuchungen. Er bearbeitet den Unfallbericht der Einsatzkräfte. Der Tote lag zur Seite vom Fahrersitz nach rechts rübergefallen und hatte Erbrochenes vor sich. War ordnungsgemäß angegurtet im Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite. Also insofern muss er alleine im Fahrzeug gewesen sein und kann also kein anderer mit im Auto gewesen sein. Auch die sofort eingeleitete Reanimation kann den Mann nicht mehr retten. Bei dem Toten handelt es sich um Raimund L. Sein Körper weist außergewöhnliche Merkmale auf. Der Notärztin, die dann hinzukam, war aufgefallen, dass der tote, so hellkirschrote Totenflecke zeigte, die eigentlich typisch sind für eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, aber dennoch auch vorkommen als kälte Hämoglobin-Bildung im Todesfall. Bei einer Außentemperatur von 0 Grad keine Seltenheit. Der Leichnam muss obduziert werden. Die Herkunft der ungewöhnlichen roten Totenflecke durch einen Bluttest geklärt werden. In dem Labor hat man mit dem Hinweis auf diese hellroten Totenflecke auch sofort eine Kohlenmonoxidbestimmung gemacht. Und diese Kohlenmonoxidbestimmung hatte einen Wert von 49 Prozent, was also ein absolut tödlicher Wert ist. Aber wie gelang das tödliche Kohlenmonoxid überhaupt in den Körper von Raimund L.? Das Geruch, Farb und geschmacklose Gas ist für Menschen bereits ab einer geringen Konzentration im Blut tödlich. Nach dem Ergebnis der Obduktion haben wir erstmal nochmal eine ausführliche Diskussion mit dem Gerichtsmediziner geführt, inwieweit das überhaupt möglich ist, mit diesem hohen Wert das Auto zu besteigen, in dem Auto auch zu fahren. Und er hat damals gesagt, dass also dieser Wert, so hoch wie er sich bei ihm angereichert hat, sofort so weit zur Lähmung führen würde, dass der Mann, wenn er sich das im Haus zugezogen hätte oder an einem anderen Ort, das Auto gar nicht mehr hätte erreichen können. Ermittler Heinz Lindekamp und seine Kollegen stehen vor einem Rätsel. Sie entwickeln unterschiedliche Szenarien, wie und warum das giftige Gas in den Körper des Mannes kommen konnte. Selbstmord und einen technischen Defekt am Auto können Sachverständige schnell ausschließen. Fest steht, aufgrund der massiven Vergiftung muss Raimund L. das Gas im Auto eingeatmet haben. Aber wie kam es dort hinein? Die Untersuchung der DEKRA sollte dann weitergeführt werden, dahingehend, dass die Dichtungen überprüft werden, ob man hier Beschädigungen oder Abriebspuren hätte finden können von irgendeinem Gegenstand, der in das Fahrzeug eingeleitet oder eingeführt wurde. Der Sachverständige hat dann auf der rechten Seite des Fahrzeuges angefangen, das Fahrzeug zu untersuchen und hatte an der B-Säule dann zwei Beschädigungen an der Dichtung gefunden. Eine eben ein Durchstich in der Dichtung, wo man sehen konnte, dass mit einem kanüleartigen Gegenstand die Dichtung durchstochen wurde und man so in das Fahrzeuginnere gelangen konnte. Dieses kaum sichtbare Loch ist endlich ein wichtiges Indiz in dem mysteriösen Todesfall. Offenbar ist Raimund L. tatsächlich durch fremde Hand zu Tode gekommen. Heinz Lindekamp und sein Team müssen nun intensiver im Umfeld des Opfers ermitteln. Sie werden auf den Ex-Partner von Marion K. aufmerksam, der Lebensgefährtin von Raimund L. Wir haben auch die Marion K. zu ihrem vorherigen Partner befragt, wie er sich wohl verhalten hat und wie er mit der Situation umgegangen ist, dass sie sich von ihm getrennt hat. Und sie hat ihn dann beschrieben, dass er offensichtlich mit dieser Situation gar nicht fertig wurde und sich schon in, sagen wir mal, stalkerhaftem Verhalten eigentlich zeigte. Er beobachtete sie, tagsüber ging er nach, er beobachtete sie nachts, sie hat ihn im Garten gesehen, wie er auf der Treppenmauer stand und durchs Fenster schaute. Er hat ihr Briefe geschrieben und wollte sie wieder zurückhaben. Also er hat sich schon sehr, sehr auffällig in diese Richtung verhalten, dass er mit dieser Situation und dass ein neuer Partner an der Seite von Marion K. stehen würde, gar nicht zurecht kam. Hat Andreas R., der ehemalige Partner von Marion K., etwas mit dem Todesfall zu tun? Sein verdächtiges Verhalten veranlasst die Polizisten, die Ermittlungen zu intensivieren. Die Spur führt in ein Stahlwerk in Duisburg. Wir haben dann rausgefunden, dass er als Mess- und Regelmechaniker hier hinter uns in dem Stahlwerk beschäftigt war. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Warngeräte, die die Mitarbeiter, die am Ofen arbeiten und auf dem Ofen arbeiten tragen, so zu kalibrieren, dass sie rechtzeitig Kohlenmonoxid signalisieren, wenn es austritt. Und dadurch hatte er natürlich auch gute Erfahrungen im Umgang mit diesem Gas und wusste genau, weil er jeden Tag damit arbeitet, wie man das einsetzen kann. Linde Kamp erwirkt bei der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Haftbefehl sowie mehrere Durchsuchungsbefehle. Unter anderem für die Wohnung und die Arbeitsstelle von Andreas R. Aufgrund der Dimension, die der Fall mittlerweile angenommen hat, wird er jetzt an die nächstgrößere Dienststelle in Duisburg übergeben. Hier schaltet sich auch der heute pensionierte Kriminalhauptkommissar Heinz Sprenger in die Ermittlungen ein. Er macht sich zunächst ein Bild von diesem mysteriösen Fall. Als ich am 2.1. direkt morgens informiert wurde, habe ich gesagt, das könnte unter Umständen, da könnte was dran sein. Zumal ich den Kollegen, der ja in der Sachbearbeitung ein erfahrener Todesermähler ist, sehr schätze. Und nachdem ich dann mich selber ein bisschen sachkundig gemacht hatte, ich bin nach Wesel gefahren und auch zu den Kollegen gefahren, war ich auch der Meinung, da könnte durchaus ein Fremdverschulden vorliegen. Sein Kollege Linde Kamp aus Dienstlaken übernimmt die Durchsuchung der Arbeitsstelle von Andreas R. Im Arbeitsspind macht er eine Entdeckung. Wir fanden hier eine Lanze, die mit einem Bajonettverschluss an einem längeren Schlauch angedockt war. Dieser Bajonettverschluss ermöglicht es, dass man das auch so schnell Verbindungen hat, dass man die Lanze aufstecken kann und sofort einsetzen kann. Wir fanden den Druckmanometer, den man braucht, um das Glas aus der Flasche abzulassen. Und das war eindeutig zuzuordnen aufgrund unserer Feuermittel und dass es sich um das Tatwerkzeug handelt. Diese selbstgebaute Sonde ist der entscheidende Beweis, nach dem die Ermittler so lange gesucht haben. Doch damit nicht genug. Neben der Durchsuchung konnten natürlich auch die Arbeitskollegen befragt werden. Und die haben dem Andreas zunächst einmal ein Alibi gegeben und haben gesagt, er wäre auf der Arbeit gewesen. Und das war natürlich für uns ein Ergebnis, was wir so nicht akzeptieren konnten. Und diese Arbeitskollegen, die das dann damals behauptet haben, die sind dann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft der Dienststelle zugeführt worden, sind dann nochmals eindringlich zur Wahrheit ermahnt worden und auch belehrt worden, dass sie sich unter Umständen strafbar machen würden. Und nachdem die dann gehört haben, dass da ein Tötungsdelikt im Raum steht, haben die sofort reinen Tisch gemacht und haben dann nun mal eben gesagt, dass der Beschuldigte in dem Fall die Arbeit auch verlassen hatte. Konfrontiert mit der erdrückenden Beweislast legt der Beschuldigte ein umfangreiches Geständnis ab. Er gibt Folgendes zu Protokoll. Es war so, dass er morgens um circa 4.30 Uhr die Arbeitsstelle verlassen hatte. Er wusste ja, sein Opfer musste bis 5 Uhr auf der Arbeit sein und wusste auch, wann er ungefähr losfährt. Er war dann mit seinem Fahrzeug zur Hünster Straße gefahren nach Dienstlaken, hatte sein Fahrzeug direkt neben dem Fahrzeug seines späteren Opfers abgeparkt, hatte dann die Utensilien, sein Tatwerkzeug mit der Gasflasche herausgenommen und hat dann über die Beifahrerseite das Gas mehr oder weniger in das Fahrzeug seines späteren Opfers hineingebracht. Als Raimund L. sich mit seinem Auto in Bewegung setzt, folgt der Täter seinem Opfer, um sich zu vergewissern, dass sein perfider Plan aufgeht. Er hat dann auch noch gesehen, wie der über dem Lenkrad zusammengebrochen lag und ist dann aber weiter zur Arbeit gefahren und hat da bis 6 Uhr seinen Dienst versehen. Der Angeklagte wird vor dem Landgericht Duisburg wegen Beibringung von Giftmitteln zu 13 Jahren Haft verurteilt. Auch nach über 20 Jahren denkt Heinz Sprenger noch oft an diesen bizarren Fall zurück. Also meiner Ansicht nach hätte es der perfekte Mord sein können. Man stelle sich einfach vor, der Raimund L. wäre mit dem Fahrzeug auf die Autobahn gefahren und wäre dort verunglückt. Ich glaube kaum, dass man dann diese Giftgasbeibringung bemerkt hätte. Kurze Zeit nach diesem Fall wird der Paragraf 229, Beibringung von Gift, aufgehoben. Nach heutigem Strafrecht wäre Andreas R. wahrscheinlich dennoch verurteilt worden. Wegen Mordes. Ein Polizeibeamter dokumentiert mit einem Fotoapparat den Tatort eines Mordes. In einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin ist ein Brand ausgebrochen. Doch die Feuerwehr erkennt schnell, hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Einsatz. Die Feuerwehr konnte anhand des Brandgeruches im Treppenhaus relativ schnell die Wohnung lokalisieren im zweiten OG. Sie hat eine schlechte Sicht gehabt, die Tür war noch geschlossen, sodass sie gewaltsam in die Wohnung eindringen mussten. Die Feuerwehrleute haben dann im Wohnzimmer ziemlich mittig das Opfer gefunden und haben dann zunächst erstmal mit ihren Löscharbeiten begonnen. Das Opfer lag in der Mitte ihres Zimmers, fast einer Krule kann man sagen, weil er auch in Brand gelegt worden war. Sie war nahezu komplett entkleidet, sie hatte nur noch ein Shirt an und war ihm wirklich äußerst übel zugerichtet, das muss man schon so sagen. Im Rahmen der durchgeführten Obduktion konnten massive Kopfverletzungen festgestellt werden, die aufgrund des Zimmermannshammer entstanden sein dürften. Also der Täter muss mehrfach mit diesem Hammer auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Weiterhin konnten Verletzungen am Hals festgestellt werden, die darauf hindeuteten, dass er sein Opfer zuvor gewirkt hat, vermutlich bis zur Bewusstlosigkeit. Weiterhin wurden Verletzungen, Schnittverletzungen im Bereich der Oberschenkel festgestellt. Um die Verletzungen und Spuren des Tatgeschehens zu vertuschen, hat der Täter die Leiche angezündet. Es wurden Brandbeschleuniger verwendet, es konnten im Brandschutt diverse, mehr oder weniger stark konzentrierte Brandbeschleuniger nachgewiesen werden. Um dem Mörder auf die Spur zu kommen, fragen die Berliner Kommissare bei Carinas Nachbarn nach. Was sie mitbekommen haben, als in der Tatwohnung das Feuer ausbrach. Die Mieter haben zwar verdächtige Geräusche aus der Wohnung gehört, haben diese Situation, die sie da gehört haben, aber nicht richtig eingeschätzt. Also die haben nicht mehr annähernd daran gedacht, dass eine solche schlimme Tat in dieser Wohnung da stattfand. Ansonsten wäre mit Sicherheit auch einer der Mieter zur Wohnung gegangen oder hätte die Polizei alarmiert. Aber es war so, dass die Vormieter in dieser Wohnung auch sich das öftere Mal gestritten haben, sodass diese Geräusche für die Mieter nicht so ungewöhnlich waren. Die Befragung bringt den Ermittlern zumindest einen Hinweis auf die Tatzeit. Carina wurde wohl in den Morgenstunden des 10. Februar 2008 ermordet. Vormund Müller müssen nun herausfinden, wie und wo Carina vor ihrem Tod die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Aufschluss darüber kann ihr Freund geben. Zur Tatzeit hält er sich in England auf. Als Täter kommt er für die Polizei nicht in Betracht. Aber er macht eine wichtige Aussage. In der Todesnacht erhält er eine mysteriöse SMS von seiner Freundin. Liebes, ich habe ein Problem, weil mich ein Typ versucht betrunken zu machen, damit ich mit ihm schlafe. Daraufhin ruft der Freund Carina sofort an. Der Freund von Carina rief zurück und er schildert uns in seiner Vernehmung, dass Carina sich zu der Zeit in einem Lokal befunden haben muss. Also es hörte sich von den Geräuschen her so an. Sie hat das auch so bestätigt auf seine Frage. Und sie schilderte, dass sie Angst hat oder ihr Unwohl ist, weil dieser Typ, der sie da eben angemacht hat, vor der Tür stehen würde. Letztendlich hätte sie aber das Lokal verlassen, so beschreibt er das. Und er hat ihr eben immer gut zugeredet, sie soll jetzt nach Hause gehen. Sie hat eben immer wiederholt, sie wäre so müde, hat sich wohl auch auf eine Bank gesetzt. Und der Freund hat dann am Telefon gesagt, Mensch, nimm dir ein Taxi, lass dich nach Hause fahren, nimm dir ein Taxi. Und er hörte dann auch noch, wie eine Tür klappt, eine Autotür klappt. Und deswegen ging er davon aus, dass sie tatsächlich in ein Taxi gestiegen ist. Fromm und Müller können herausfinden, dass Carina in der Nacht mit der Straßenbahn zum Berliner Antonplatz gefahren ist. Begleitet von einem jungen Mann hatte sie ein Bistro besucht, nur wenige Minuten entfernt von ihrer Wohnung. Die Vernehmung des Kellners ergab, dass die beiden an einem Tisch gesessen haben, sich wohl auch nett unterhalten haben. Und dann auch Alkohol konsumiert haben, war in einem längeren Zeitraum. Doch wer ist Carinas unbekannter Begleiter? Ist er ihr Mörder? Mittlerweile hat die Kripo auch die Öffentlichkeit eingeschaltet, hofft auf Hinweise zur Klärung des Mordes. Irgendwo am Tatort muss der Täter einen Hinweis auf seine Identität hinterlassen haben. Doch der Brand und die Löscharbeiten haben einiges zerstört. Wir fanden zwei Schraubendreher, es fand sich ein Schlüsselbund mit einem Anhänger. Ja, und dann wurde insgesamt natürlich die ganze Wohnung auf Fingerabdrücke und DNA untersucht. Tatsächlich können die Experten Fingerabdrücke und fremde DNA am Tatort sichern. Doch sie können sie niemanden in der Polizeidatenbank zuordnen. Die Kommissare widmen sich jetzt den Schlüsseln, die gefunden wurden. Nach ersten Ermittlungen gehören sie nicht Carina. Ein Schlüssel war ein Anhänger dran, auf dem die Kösener Straße draufstand. Um diesen Schlüssel zuordnen zu können, haben wir eine Kopie anfertigen lassen und sind dann mit dieser Kopie hier in die Kösener Straße gefahren und haben jede Tür versucht, mit diesem Schlüssel zu öffnen. Ja, wir haben mal Glück gehabt. Am Ende, an der 5, hat's gepasst. Der Schlüssel passt zu einer Wohnung im Souterrain des Hauses. Eine ältere Dame öffnet den Ermittlern. Außer ihr ist noch ein Untermieter zu Hause, Carlos G. Beide werden auf dem Präsidium vernommen. Parallel zu dieser Vernehmung haben andere Kollegen von uns gleichzeitig die Wohnung durchsucht von Carlos G. Im Rahmen dieser Wohnungsdurchsuchung konnten eine Vielzahl von Beweisen aufgefunden werden. Im Zimmer von Carlos G. finden die Kommissare einen Slip von Carina. Auch ihre Fotokamera liegt in der Wohnung. Beweise genug, um den 22-jährigen Mann festzunehmen. Wir haben ihm die Ergebnisse der Durchsuchung und die dort aufgefundenen Beweise natürlich vorgehalten, aber er hat dazu keine Angaben gemacht. Ohne das Geständnis von Carlos G. müssen die Ermittler für den anstehenden Indizienprozess handfeste Beweise haben. Unter den Fingernägeln des Opfers werden DNA-Spuren von Carlos G. gefunden. Der junge Mann landet auf der Anklagebank. Am Ende des Indizienprozesses schickt ihn das Gericht wegen Mordes lebenslang hinter Gitter. Zu sehen, was für ein großes Leid das für die Familie bedeutet. Wenn mir das sicherlich auch irgendwo unser täglich Brot ist, aber gerade in diesem Fall hat mich persönlich das schon besonders berührt. Ja, also für mich ist in Erinnerung geblieben, also diese Situation, dass ein kleiner Schlüssel quasi uns zur Lösung des Falles beigetragen hat. Also wo wir am Anfang auch nicht mit rechnen konnten, dass wir jetzt aufgrund eines Schlüssels, den der Täter am Tatort verloren hat, den Fall so aufklären konnten und auch so viel Beweismittel letztendlich dadurch auch sichern konnten. Deswegen ist das schon ein herausragender Fall für uns gewesen. Doch eine Sache wurmt die Ermittler Müller und Fromm bis heute, auch wenn sie den Fall lösen konnten. Warum Carlos G. Carina getötet hat, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Wo sind Bisrat und ihr kleiner Sohn Mexen? Hier auf diesem Bahnsteig am Bahnhof Wabern in Hessen wurde die Frau zuletzt am 14. Januar 2019 gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von der 20-Jährigen und ihrem damals zwei Monate alten Baby. Kriminaloberkommissarin Ilva Werner von der Polizei Homberg-Efze übernimmt den Fall. Zunächst sieht alles danach aus, als sei die Mutter aus freien Stücken gegangen. Am 15.01.2019 erschien also der Lebensgefährte von Bisrat hier auf der Polizeidienststelle und hat Anzeige erstattet. Er gab damals an, dass Bisrat mit dem gemeinsamen knapp zwei Monate alten Sohn Mexen verschwunden sei. Weshalb wir zunächst wegen Entziehung Minderjähriger ermittelt haben. In diesem Fall hätte die Mutter das Baby gegen den Willen des Vaters entführt und an einen anderen Ort gebracht. Ilva Werner redet mit der Familie, um sich ein konkretes Bild von der jungen Frau zu machen. Wir wissen von Bisrat, dass sie im September 2017 nach Deutschland aus Eritrea eingereist ist. Wahrscheinlich ist sie ohne irgendwelche anderen Familienangehörigen hierher gekommen. Sie ist dann nach Homberg umgezogen und hat ungefähr ein Jahr später einen kleinen Jungen, den Nexon, zur Welt gebracht. Zeugenaussagen haben uns gesagt, dass es sich bei Bisrat um eine sehr freundliche, eher zurückhaltende Person gehandelt haben soll. Die beiden wohnten in dieser Geflüchtetenunterkunft. Heute steht das Haus leer und wird bald abgerissen. Was die Kommissarin hier vorfindet, spricht nicht dafür, dass Bisrat Tevalde Habdu freiwillig gegangen ist. Aufgefallen ist uns, als wir Bisrats Zimmer dann in Augenschein genommen haben, dass sämtliche persönlichen Gegenstände dort noch vorhanden waren. Bisrat hatte also nichts mitgenommen, was irgendwie für das alltägliche Leben vonnöten ist. Sie hatte die Babysachen dort gelassen, ihre eigenen persönlichen Gegenstände waren auch dort. Auch die Ausweispapiere oder das Babyuntersuchungsheft konnten wir noch auffinden. Dass die beiden einen Unfall hatten oder Opfer eines Verbrechens wurden, kann die Polizistin jetzt nicht länger ausschließen. Bei ihren weiteren Recherchen im persönlichen Umfeld der Frau stößt Ilva Werner auf eine neue Spur. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass es noch einen Mann aus Darmstadt gab, der ebenfalls gesagt hat, dass er der Vater von Mexon sein könnte. Es war dann so, dass der Lebensgefährte von Bisrat einen Vaterschaftstest machen wollte. Letztendlich ist es aber nicht zu dem Vaterschaftstest gekommen, da Bisrat vorher verschwand. Die Eritreerin hatte vor einigen Monaten eine Beziehung mit dem Mann aus Darmstadt. Er könnte tatsächlich der Vater sein. Als Tatverdächtigen schließt die Kommissarin ihn aber direkt aus. Es war so, dass wir kein Motiv bei ihm feststellen konnten, da er auch von der Schwangerschaft von Frau Tevelte Habdu schon im Vorfeld wusste. Und wir konnten auch nicht ermitteln, dass er zum Verschwindezeitpunkt in Homberg gewesen sein könnte oder Bisrat Richtung Darmstadt gefahren ist. Der Lebensgefährte aus Homberg dagegen rückt immer stärker in den Fokus der Ermittlungen. Auch er wohnte damals in der Geflüchtetenunterkunft. Er hatte das Kind im Vorfeld auch als sein eigenes schon anerkannt. Und der kleine Junge trug ja auch seinen Nachnamen, sodass das für ihn definitiv auch eine Überraschung war, dass sich dann ein anderer Mann quasi gemeldet hatte und angab, dass auch er der Vater sein könnte. Für die Kommissarin ein mögliches Tatmotiv. Hat der Lebensgefährte etwas mit dem Verschwinden der beiden zu tun? Konkrete Beweise für den Tod von Bisrat und ihrem Sohn gibt es bislang allerdings nicht. Wir konnten in dem Zimmer von Bisrat DNA sichern, sowohl von ihr selber als auch von dem kleinen Jungen. Und diese DNA wird dann in eine Datenbank bei uns eingepflegt. Und wenn dann irgendwo in Deutschland eine unbekannte tote Person auftaucht, wird die DNA der unbekannten Person mit dem Bestand, der uns schon vorliegt, abgeglichen. Und bislang ist da, Gott sei Dank muss man sagen, kein Treffer erfolgt. In Bisrats Zimmer finden sich keine Spuren eines Kampfes. Es scheidet für die Polizei als Tatort aus. Auch die Ermittlungen gegen den Lebensgefährten laufen ins Leere. Es gab auch keine Zeugen, die zum Verschwindezeitpunkt von Bisrat von einem größeren Streit oder eine Auseinandersetzung berichten konnten. Und der Lebensgefährte hatte auch ein Alibi. Also ein Freund von ihm hat uns gegenüber ausgesagt, dass sie an dem Tag zusammen in Frankfurt gewesen sind. Es bleibt bei einem Anfangsverdacht. Plötzlich meldet sich ein Zeuge mit neuen Hinweisen. Er gibt an, Mutter und Kind am Tag des Verschwindens am Bahnhof in Wabern gesehen zu haben. Bisrat hat ihm gegenüber gesagt, dass sie nach Kassel fahren möchte, um eine Sache abzugeben. Näher definiert hat sie das leider nicht. Er hat ihr dann hier am Bahnhof in den Zug geholfen Richtung Kassel und ist selber in die andere Richtung danach weitergefahren. Laut der Zeugenaussage hatte sie weder einen Koffer noch eine große Reisetasche dabei. Dieser Bahnsteig ist der letzte Aufenthaltsort von Mutter und Sohn, den die Polizei sicher kennt. Sie muss nach unseren Ermittlungen entweder um 17.07 Uhr oder um 17.32 Uhr in einen Zug Richtung Kassel gestiegen sein. Dann verliert sich aber leider ihre Spur. Wir wissen also nicht, ob sie in Kassel angekommen ist oder ob sie unterwegs irgendwo ausgestiegen ist. Drei Monate vergehen ohne einen neuen Ermittlungsansatz. Bisrat meldet sich weder bei ihrer Familie noch bei Bekannten. Im April 2019 wendet sich die Polizei schließlich an die Bevölkerung. Und tatsächlich erhält sie neue, wichtige Hinweise. Nach unserer Öffentlichkeitsverhandlung meldete sich eine Zeugin bei uns, die Bisrat mit ihrem Kind im Zug zwischen Kassel und Basel gesehen haben will. Es handelte sich dabei um eine Zugbegleiterin, der Bisrat auch aufgefallen war, da sie sich mit dem Kinderwagen im Gang des Zuges aufgehalten hat. Zuletzt gesehen wurde die junge Mutter am Bahnhof in Wabern, danach in einem ICE. Und noch eine zweite Zeugin will Bisrat erkannt haben. Und zwar an einem Ort, der kurioserweise auch den Namen Wabern trägt, aber bei Bern, in der Schweiz liegt. Für uns war das eine sehr heiße Spur, da beide Zeugenaussagen sowohl örtlich als auch zeitlich zueinander gepasst haben. Zudem hat sich im Laufe unserer Ermittlungen eben auch dargestellt, dass Bisrat Bezüge in die Schweiz hatte. Die Doppelung des Ortsnamens Wabern fällt auf. Ilva Werner und ihre Kollegen sind sich allerdings sicher, dass das Zufall ist. Verwandte der 20-Jährigen wohnen in der Schweiz. Sie hatte sie in der Vergangenheit mehrmals besucht. Ist sie vielleicht doch freiwillig gegangen, um dem Beziehungskonflikt zu entkommen? Unsere Schweizer Kollegen haben vor Ort nach Bisrat gesucht, haben sie dort leider nicht auffinden können. Es ist jedoch so, dass Bisrat schengenweit zur Fahndung ausgeschrieben ist. Und sollte sie dort irgendwo kontrolliert werden von Polizeibehörden, dann würde uns das auch mitgeteilt werden. Und das ist möglich, weil persönliche Daten wie Fingerabdrücke dokumentiert wurden, als Bisrat in Deutschland Asyl beantragte. So kann sie identifiziert werden, auch ohne Personalausweis. Denn den findet die Polizei in ihrem Zimmer in Homberg. Diese Lichtbilder und Fingerabdrücke sind dann in unserem System auch gespeichert. Und wenn Bisrat jetzt irgendwo anders in Deutschland unter einem falschen Namen oder auch ohne Ausweispapiere Asyl beantragt hätte, wäre das eben aufgrund der gespeicherten Fingerabdrücke aufgefallen. Weder, dass die junge Mutter mit ihrem Baby selbst verschwunden ist, noch, dass ein Verbrechen vorliegt, kann die Polizistin bis heute mit Sicherheit ausschließen. Natürlich belastet einen solcher Fall auch persönlich mehr. Ich habe zwei Jahre lang jetzt in dem Fall ermittelt und konnte ihn letztendlich nicht klären. Und natürlich würde ich den Verwandten von Bisrat auch gerne sagen, was da passiert ist. Zudem ist da ein kleines Kind mit involviert, was einen auch emotional mehr berührt. Und weshalb man auch vielleicht länger über diesen Fall nachdenkt. Kriminaloberkommissarin Ilva Werner lässt dieser mysteriöse Vermisstenfall keine Ruhe. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um endlich herauszufinden, was damals mit Bisrat und Mexon passiert ist. Das ist's. Orthopäline Das ist die